Wer bist du denn überhaupt? Ich, Gabriel. Kennt man dich eigentlich? Mich kennen. Ja. Danny hat 1.121 und ich habe... Uuuuh. Übrigens hier die mega Überflutung gewesen. Da hinten haben wir noch was abgepumpt. Ich hab das noch ein bisschen gefilmt gehabt hier. So, moin seien alle Damen und herzlich willkommen jetzt hier zu einem kleinen neuen Video. Es ist Sonntag und ich sitz gerade im Car2Go, weil ich auf dem Weg nach Hamburg bin. Und der vergangenen Nacht war wieder ein richtig geiler Sturm. Das heißt, die meisten Züge fallen jetzt wieder aus. Viele Strecken sind wieder komplett gesperrt. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen hin und her laufen, mit dem Bus fahren. Und jetzt sitze ich hier im Auto, fahre jetzt nach Hamburg, weil ich mich mit einer Person treffe. Der eine oder andere kennt sich vielleicht oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich mach mal hier schnell auf den Weg. Brille hab ich aufgesetzt. Ich denke mal, die meisten kennen die vielleicht sogar noch aus den ganz alten Videos. Und da hab ich immer noch mit Brille aufgenommen. Oh, du siehst so hässlich aus. AMK. Und ich würde sagen, wir können los. 3.000 Sekunden später. So, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Weg Richtung Europa-Passage bzw. Apple Store. Ich werde auch schon erwartet. Und ich wollte auch schon ein paar Mal angerufen und so weiter und so fort. So, wir sind jetzt hier gerade in der Hafen-City und wer ist mit dabei? Ich hab schon was gesagt dazu. Gabriel. Wer bist du denn überhaupt? Ich, Gabriel. Kennt man nicht eigentlich? Mich kennt. Ja. Danny hat 1.121 und ich habe... OOOOOOOH! Übrigens hier die Mega-Überflutung gewesen. Da hinten haben wir noch was abgeprobt. Ich hab das noch ein bisschen gefilmt. Hier geht ein bisschen was ab irgendwie. Du kennst diesen Burger, wie heißt es? Bürgerlich oder Dulfs? Dulfs, Dulfs, Dulfs. Machen wir auf jeden Fall. Und eine neue Kamera hab ich jetzt auch vielleicht schon. 12 Sekunden später. So, wir sind jetzt gleich mit der Fähre an den Langungsbogen angekommen. Was sagst du jetzt für dieser berauschenden Fahrt? Zwei Minuten Fahrt für 100 Meter oder so. Oh mein Gott, das Essen ist endlich da. Gönnt euch das einfach mal. Guckt euch das einfach mal an. Was sagst du dazu? Ich mag, dass du Essen hast. Es ist mit Spaß. Ich werde es mal reinhauen hier. So, wir sind jetzt gerade wieder im Büro. Und was machst du da, Charles? Seit wann machst du irgendwelche Thumbnails? Und vor allen Dingen, warum noch so ein Clickbait-Kack? Hä, mach ich doch nicht. Ich mach das, es ist im Auftrag. Ich krieg dafür 3 Euro. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was macht ich alleine? Jetzt schauen wir nochmal gemeinsam eine Runde. Oho, es geht halt voll ganz klar. Oh mein Gott. So ein Schusch. Oh mein Gott. Heute wärmt 1 Uhr mitten in der Nacht. Deswegen kenne ich auch ein bisschen leiser. Hier ist nochmal Twitter, Instagram, unten schon verlinkt. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.